Das ist vielleicht ein Grund, warum Russland jetzt versucht, einen weiteren Schauplatz aufzumachen, in dem im Norden neue Truppen stationiert werden, Soldaten, Fluggeräte, wir sprechen von Belarus, was eben ganz im Norden der Ukraine liegt. Wie schätzen Sie das ein? Droht da eine neue Front? Ich sehe das genauso, wie Sie sagen. Es kommt ja jetzt darauf an, unter der Maßgabe, dass die Ukraine massiv Kräfte zusammenführt im Raum Tscherson, diesen Teil der Ukraine aus russischer Sicht zu entlasten. Das heißt, wo immer möglich neue Fronten aufzubauen, um ukrainische Streitkräfte zu binden. Im Norden sehe ich die Gefahr mittlerweile zunehmend. Dort werden Kräfte zusammengezogen, die wohl eine Größenordnung von 70.000 Mann und Frauen erreichen soll. Das wäre nach unseren Maßstäben ein Chor, also ein Großverband, mit dem man durchaus Angriffsoperationen führen kann. Geht es dann Richtung Kiew? Das dürfte dann, wenn es losgeht, auch Richtung Kiew gehen. Aber ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das dürfte insgesamt gegen den Westen der Ukraine gehen. Vor allen Dingen auch gegen die Nachschublinien, die aus dem Westen kommen. Also über all die Straßen, Eisenbahnen und andere Wege, über die wir westliches Material in die Ukraine bringen. Also Richtung polnische Grenze. Und das bedeutet aber zweierlei. Also durchaus Kiew, das würde starke Kräfte in Kiew binden, aber auch eben in den Westen, um diese Nachschubwege abzuschneiden. Das bindet auch Kräfte und ich glaube, das ist das Ziel, das dahinter steckt. Wie das dann taktisch abläuft, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich sagte vor ein paar Tagen, ich kann mir im Augenblick so richtig nicht vorstellen, dass Weißrussland konkret in den Krieg eingreift. Also gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, dass letztendlich dann die Russen den Angriff, wenn er denn kommt, vortragen. Und die Weißrussen für die Logistik, für die logistische Drehscheibe, für sanitätsdienstliche Versorgung, für Verkehrsführung und so weiter in ihrem eigenen Land zuständig bleiben. Aber das ist alles noch im Raum Spekulation. Fest steht im Augenblick, es wird eine neue Front vorbereitet und zweifelsfrei bindet diese neue Front Kräfte. Das sagt Roland Kater, ganz herzlichen Dank für den Besuch und die Analyse heute im Studio bei uns. Gerne. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten. Eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.